Hallöchen und herzlich Willkommen zum Tag Nummer 3 für unserem Adventskalender. Gestern haben wir ja die Hölle auf Erden erlebt. Mal gucken, was wir heute erleben werden. Ich habe jetzt irgendwas rausgeholt. Ein Pizza. Ein Strawberry Flavored. Was weiß ich, was das ist? Es sieht aus wie Cowboy. Bob. Cowboy. Es sieht aus wie Cowboy. Wie ein Cowbombom. Mal gucken, wie es schmeckt. Also es reißt schon mal ab. Total der Absiss. Es reißt aber nur auf der einen Seite ab. Alter. Ja, komm schon. Okay, jetzt. Jetzt kann ich mal probieren. Schmeckt sehr nach Erdbeere. Nach nicht echter, aber nach Erdbeere. So ein bisschen wie Erdbeermillig. So schmeckt das ungefähr. Schmeckt nicht wie eine Banane, ey. Ah. Ah. Ich weiß gar nicht so viel. Ich will die ganze Stange essen. Ich muss noch so viel probieren heute, ne? Aber muss ich gar nicht dran denken. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es hat diesen 0815 Geschmack einfach. Weißt du, dieses künstliche Erdbeere-Geschmack. Na ja. Ich wollte noch was machen, fällt mir drin ein. Aber das mache ich gleich. Und jetzt werde ich erstmal die Folge beenden. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Euer Bär. Milchfurst. Ciao. Bis dann. Bis dann.